hallo und herzlich willkommen zu meinem kanal sammy side of life wie ihr merkt der ton bei dem video wird sich wahrscheinlich im vergleich zum letzten nicht arg verbessern aber ich bin das unterwegs wir legen mit dem kochen los wir zaubern heute leccio gemüse das wird häufig für solianka verwendet was auch das nächste video dann sein wird die genauen mengenangaben schreibe ich euch ins rezept wir verwenden heute paprika tomatenmark wasser eigentlich brandweinessig hatte aber gerade keinen da deswegen verwenden wir heute weißweinessig geriebene äpfel salz paprikapulver und zucker wir beginnen damit dass wir das öl in einem großen topf erhitzen möchte zum topf noch dazu sagen dass es sich hierbei um einen gusseisernen topf handelt wir brauchen etwas länger zum warm werden halten aber die hitze besser und eignen sich insbesondere für eintöpfe eingemachtes suppen alles was vielleicht länger vor sich hin köcheln muss wie zum beispiel auch ein gulasch achtet bitte darauf dass ihr ein geschmacksneutrales öl verwendet und wir rösten jetzt als erstes das tomatenmark ein wenig darin an wenn das tomatenmark dann etwas angeröstet ist geben wir das wasser sowie den essäkens um das brüllen wir nun alles gut lassen das einmal ordentlich aufkochen wenn das ganze einmal aufgekocht ist reduzieren wir die herzplatte etwa auf mittlere hitze und führen die paprika hinzu wir verschließen jetzt den topf mit dem deckel lassen das ganze so lange kochen bis die paprika etwas weich geworden sind ich würde aktuell schätzen 15 bis 20 minuten genaue angaben schreibe ich euch in die video beschreibung während das ganze vor sich hinkocht kann ich euch generell noch ein bisschen was zum leccio gemüse erzählen es ist im grunde nichts anderes als in tomatensauce eingelegtes paprikagemüse es dient neben der bereits von mir erwähnten soljanka auch als beilage zu gegrillten gebratenen ja und allerhand anderen fleischgerichten in ungarn findet das gemüse im schmorgericht mit dem namen leccio seine verwendung welches zudem aus speck und zwiebeln besteht das schmorgericht geht in ungarn übrigens als hauptspeise und nicht als beilage wie ihr hier seht habe ich gelbe und rote paprika verwendet normalerweise werden für leccio auch noch grüne paprika verwendet ich habe darauf verzichtet einfach weil mir persönlich grüne paprika nicht so gut schmecken ich finde sie zu bitter allerdings ist mir die idee gekommen man könnte es vielleicht auch mit grüner spitz paprika versuchen die sind generell ein bisschen milder nicht ganz so arg bitter ich glaube das schmeckt da drin auch ganz gut das ganze kocht jetzt seit etwa 25 minuten jetzt ist die paprika aus meiner sicht gerade perfekt jetzt fügen wir als nächstes die geriebenen äpfel hinzu wundert euch nicht wenn die so eine leicht bräunliche teilweise auch rötliche farbe haben es tut dem geschmack keinen abguck die sind einfach nur an der luft frauen geworden wenn ihr das verhindern wollt könnt ihr die äpfel normalerweise auch mit etwas zitronensaft beträufeln das würde ich nur hier in dem fall nicht empfehlen da sie sowieso schon relativ sauer sind und das gericht an sich eben auch sauer ist das ganze lassen wir jetzt noch mal für etwa fünf minuten zugedeckt aufkochen beziehungsweise köcheln und dann machen wir weiter nachdem die äpfel nun zerkocht sind fügen wir unsere gewürze hinzu Salz und Zucker und das Koppelkopf über verrühren das ganze und lassen es jetzt ohne Deckel so lange einkochen bis die Tomatensauce eine Konsistenz hat die etwas dicklicher ist als frissierte Tomaten es sind wie gut zu sehen ist ist die Soße jetzt etwas eingedickt und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne ein Like da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke um alles mitzubekommen was neu reinkommt und lasst es euch schmecken bis zum nächsten mal